Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt bei Michalski-Hüther, meinem Partner in Düsseldorf. Und heute ist mein Gast Dr. Bernd Gerob. Er ist Geschäftsführer-Coach, er ist Führungskräftetrainer und er hat ein Mentorship-Programm für Geschäftsführer gerade aufgesetzt. Vielen Dank, dass du da bist, Bernd. Danke, Rolf, dass ich bei dir sein darf. Wir unterhalten uns heute zu Remote Work und zwar ist Remote Work im IP-Bereich, vielleicht auch in anderen Branchen natürlich, eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Wir haben im IP-Bereich, also jedenfalls im Kanzleibereich, sehr unterschiedliche Situationen aktuell. Manche Kanzleien sind schon voll digital, das sind so die Vorreiter, das sind aber die allerwenigsten Patentanwaltskanzleien zumindest. Das liegt einfach an der Verwaltungssoftware, die diese Patentanwälte benutzen. Das sind eigentlich so zwei oder drei Programme, die so 80 Prozent des Marktes abdecken und bei allen diesen Programmen gibt es noch nicht so die absolut ideale Lösung aus meiner Sicht für eine rein digitale Akte. Und dann muss man immer irgendwie ein Dokumentenmanagementsystem andocken oder jedenfalls das oft hilfreich. Und es gibt einfach so gewisse Herausforderungen. Und eben manche sind schon ganz digital, manche sind so halb digital wie wir. Also wir haben eigentlich im Prinzip alles digital vorliegen, aber wir führen auch noch eine Papierakte. Einfach aktuell auch, glaube ich, noch zur Sicherheit. Und dann gibt es Kanzleien, zum Beispiel in denen ich vorher mal war, die haben einfach alles noch als Papierakten. Und da kann man gar nicht so richtig gut remote arbeiten. Das heißt, man muss dann eben immer die Papierakten quasi jeden Tag mit nach Hause nehmen, dann wiederbringen und dann kann der Nächste dann arbeiten und so. Das sind also ganz unterschiedliche Situationen. Und dann gibt es natürlich einmal von dieser reinen logistischen Situation her immer bei remote das Problem. Und da will ich mich auch natürlich mit dir unterhalten, weil du da auch schon tolle Beiträge jetzt in den letzten Wochen und Monaten geliefert hast. Zu einfach dem, wie man das Team zusammenhält remote, wie man die Mitarbeiter remote motiviert behält quasi, dass sie nicht vereinsamen, sage ich mal. Und man selbst vielleicht auch nicht so vereinsamt als, sagen wir mal, Teamleader oder als Führungskraft und irgendwie den Kontakt mit seinen Mitarbeitern hält. Aber vielleicht kannst du erst mal so ganz grob deine Gedanken erst mal zu Remote Work organisieren und dann steigen wir vielleicht in die spezielle Situation zu Patenten und Patentanwaltskanzleien ein. Ja, gerne. Du hast es schon schön gesagt, was einem als erstes in den Kopf kommt, sind eigentlich die technischen Voraussetzungen, die da sein müssen. Du hast sehr schön gesagt, ja, wenn ich alles noch mit Akten habe, habe ich da ein zusätzliches Problem. Das gehen wir mal jetzt eher davon aus, dass man wirklich von zu Hause mit dem Laptop oder sonst wie arbeiten kann, mit VPN und was weiß nicht alles. Weil sonst gehen wir da in eine Richtung rein, da wird es dann sehr technisch. Nehmen wir mal an, dass das halbwegs funktioniert. Dann sollte man auch zumindest darauf achten, du hast es ja auch hier sehr schön, dass die Mitarbeiter ganz banal einfach einen vernünftigen Rechner und möglichst ein schönes Mikrofon und eine Webcam haben. Weil es macht langfristig, kurzfristig, zehn Minuten lang ist kein Problem. Wenn man das wirklich häufiger hat, dass man miteinander in virtuellen Teammeetings zusammen ist und die Technik stimmt nicht, das ist eine Katastrophe. Das macht keinen Spaß. Die zweite Sache oder das zweite große Herausforderung, das hat sich jetzt durch Corona, finde ich, gezeigt, das ist, haben die einzelnen Mitarbeitenden denn die Fähigkeit, sich selbst zu führen? Also es ist was anderes, wenn ich in die Kanzlei komme, morgens um 8 Uhr und um 17 Uhr gehe ich wieder und das ist eine Trennung von meinem privaten Leben. Jetzt war gerade durch die Corona-Zeit waren die Leute privat zu Hause und da ist ein Kühlschrank, da ist die Familie, da ist Hund, Kinder, was weiß ich nicht alles. Also das sind alles Sachen, da haben sich viele auch erst mal finden müssen, wie sie das richtig machen. Und da ist dann auch häufig, finde ich, der Begriff Homeoffice eigentlich falsch genutzt worden, weil das war ja ein richtiges Homeoffice ist, dass ich da auch richtig arbeiten kann und ungestört arbeiten kann. Das heißt, ich brauche eine klare Tagesstruktur, ich muss mir herauskriegen, wie ich halt auch in der Kanzlei Pausen machen würde, wie mache ich das zu Hause? Theoretisch kann ich ja 24 Stunden arbeiten oder ich lasse mich sehr leicht ablenken. All diese Sachen, da gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen, die man bei dieser Selbstführung berücksichtigen muss. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man diesen Kontakt als Führungskraft mit seinem Mitarbeiter hält, um dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin da dann auch zu helfen, wenn man merkt, Mensch, der oder die hat Schwierigkeiten mit ihrer Selbstführung. Das ist nicht böse gemeint oder sonst was, sondern das ist ganz normal, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man da vielleicht Unterstützung dann braucht. Und da sollte die Führungskraft möglichst diese Unterstützung bieten können oder auch möglichst sich selbst führen können. Also das ist erstmal die so die eine Grundvoraussetzung oder das eine Grundproblem, die Selbstführung. Und dann kommen wir eigentlich auf die Sache, wie gehen wir jetzt miteinander um vom Team, von diesen Eins-zu-Eins-Gesprächen, was ist da sinnvoll? Ich glaube, so kann man es am besten aufteilen, dass man sagt, das eine ist die Technik, das zweite ist die Selbstführung, das dritte ist, wie gehen wir jetzt miteinander um? Und vielleicht fangen wir nochmal, haken wir bei der Selbstführung mal ein. Viele haben ja zu Hause gar nicht die Räumlichkeiten, irgendwie ein abgetrenntes Zimmer nur zum Arbeiten. Und dann landet man dann irgendwie, stellt man sich dann Schreibtisch ins Schlafzimmer, um einfach nicht im Wohnzimmer oder in der Küche arbeiten zu müssen. Oder man arbeitet halt am Küchentisch und dann kommen ständig Leute rein und raus. Was ist so deine Erfahrung, wie wird das jetzt in der Praxis eigentlich am ehesten, was ist die beste Lösung? Also es gibt jetzt keine ideale Lösung oft, gerade für Mitarbeiter, die haben halt dann nur eine Zwei- oder Drei-Zimmerwohnung und dann können die einfach nicht noch ein zweites Zimmer als Arbeitszimmer einrichten. Was ist da, was empfiehlst du da? Weiß ich, geräuschdämmende Kopfhörer oder? Ja, das sind natürlich so Sachen, ich würde gerne eher vorher anfangen und überlege, warum sind wir denn in diese Situation gekommen? Das war ja durch Corona entsprechend. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie machen wir das mit dem Remote Work, wenn jetzt Corona weg ist, dann würde ich sagen, da muss eine vernünftige Arbeitsstelle dann vorhanden sein. Nein, das kann zu Hause durchaus funktionieren, das kann man auch durch Absprachen, vielleicht auch am Küchentisch machen oder sonst was. Aber wenn man das wirklich langfristig machen will, muss ich mir da was entsprechendes einrichten, sonst wird das nicht gehen. Eine andere Möglichkeit, das ist auch Remote Work. Ich habe auch einen Mitarbeiter, der beispielsweise teilweise von zu Hause arbeitet, teilweise aber dann einen, da haben wir so einen Working Space angemietet. Was weiß ich, das kostet 200 Euro im Monat und für ihn ist das auch schön gewesen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich muss ja auch mal rauskommen. Ich werde ja gasig, wenn ich nur noch zu Hause bin. Und dann die zweite Sache, die man auch überlegen muss, ist häufig sind die Internetverbindungen bei manchen zu Hause nicht so der Brüller. Und dann macht das auch keinen Spaß. Also nicht so fokussiert zu sein, glaube ich, wenn man von Remote Work redet, dass man dann meint, ja, das muss automatisch von zu Hause sein. Nee, muss es nicht. Es kann auch sehr befreiend sein, wenn ich in so einem, vom Café von mir aus oder sonst wo, gut, ist bei euch vielleicht im Patent, wenn da, muss man ein bisschen aufpassen, mit welchen Daten man da einfach in der Öffentlichkeit rumläuft. Aber es gibt ja auch andere Arbeiten, die man unter Umständen macht, die man auch mal eine Stunde lang im Café schön machen kann. Also da einfach freier zu denken, eher so zu denken wie, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt selbstständig wäre, wo mir keiner Vorschriften macht, wo würde ich denn am liebsten arbeiten. Dann gibt es Leute, wie du es eben schon sagst, die haben schöne Kopfhörer, die lieben es, in einem Café zu sitzen. Für mich ist es nichts, ich bin lieber zu Hause und arbeite von da, aber da sollte jeder auch für sich so ein bisschen die Möglichkeit finden, was für ihn oder für sie passt und das auch hin und wieder mal wechseln, um zu schauen, was funktioniert. Wie gesagt, Corona mal beiseite gelassen, wie sollte Remote Work wirklich als im Positiven ausprobiert werden. Die zweite Sache dann ist, dass man sich überlegt, es gibt ja nicht schwarz oder weiß, sondern es ist so, ist man zwei oder drei Tage im Remote und will vielleicht auch wirklich ein, zwei Tage lang in der Woche an der Arbeitsstelle sein. Da gibt es ja, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten und also mein Tipp da ist, einfach mal zu sehen, was passt für einen selbst. Einfach verschiedene Sachen mal ausprobieren und wenn man gezwungen ist, was von zu Hause zu machen, muss man sich überlegen, welche Absprachen kann ich haben mit meiner Familie, aber auch dann mit meinem Team, mit meinem Chef oder meinen Mitarbeitern, dass man sagt, pass mal auf, hier zwischen 2 und 12 ist schlecht, da ist bei uns zu Hause schwierig, da ist, was weiß ich, die Putzfrau da, ich habe keine Ahnung, das macht da keinen Sinn. Also da, sich klar zu werden mit allen Beteiligten, also von der Firma her, wie auch von der Familie, die Erwartungen abzuklären und das darüber zu sprechen und sich da Regeln aufzuerlegen, glaube ich, das ist dann ganz wichtig, die von allen auch bekannt sind, wie man miteinander umgeht, wann man erreichbar ist und all diese Geschichten. Dann hast du gerade noch und jetzt gerade auch schon stichwortartig angesprochen, wie man das Team eigentlich zusammenhält oder wie man im Team zusammenarbeitet im Remote Work oder mit Remote Work, mit Homeoffice. Das war so der dritte Aspekt, den du am Eingang so in deiner Gliederung erwähnt hast. Wollen wir da noch, kannst du da kurz was zu sagen, wo du meinst, dass das bei Partneranwaltskanzleien oder vielleicht auch generell, wie das am besten funktionieren würde? Also man arbeitet da ja stark eben so textbasiert, also das sind eben Akten, die man da irgendwie bearbeitet und das sind wenig so Sachen, die im Team tatsächlich passieren, also Sachen, die eigentlich man alleine eben erledigt. Und dann ist die Gefahr groß, dass man sich so in seiner Arbeit dann vertieft im Homeoffice und dann so praktisch alle anderen vergisst und dann irgendwie eben, ja, den Draht zum Team verliert vielleicht. Also prinzipiell, das gilt jetzt nicht nur für Patentanwälte, sondern allgemein, würde ich sagen, gibt es drei Sachen oder Erfolgsfaktoren, wie das funktionieren kann. Das Erste ist, dass es klare Regeln gibt, die man sich gemeinsam erarbeitet. Also wie man, was sind die Ziele, was sind die Erwartungen, klare Regeln für die Selbstorganisation und wenn man was abspricht, dass für allen klar ist, dass man Zusagen dann einhält, pünktlich ist, all diese Geschichten. Das Zweite ist die Kommunikation. Da ist ganz klar, dass all diese Geschichten, die man sonst auch kennt von Teammeetings und so weiter, die sollten da alle auch eingehalten werden und noch wichtiger, also pünktlicher Beginn, pünktliches Ende. Ich will das gar nicht da in die Tiefe gehen. Ich glaube aber, was hier ganz wichtig ist und das ist nachher der dritte Punkt Vertrauen, Vertrauen baut sich nur auf, wenn man auch häufiger mal miteinander so kommuniziert. Auch das Problem, was du angesprochen hast, dass man, gerade wenn man permanent an Sachen arbeitet und dann auch nur von zu Hause, dass man eigentlich den Zugang zum Team verliert, dem entgegenzuwirken, glaube ich, ist, es gibt eine Möglichkeit, das natürlich mit Teamsitzungen zu machen, so wie man es auch im Büro macht. Da muss man aber online sehr aufpassen, weil das schwieriger meiner Ansicht nach ist und das muss sehr, ich bin eigentlich jemand, der sagt, wenn wir Teamsitzungen machen, dann müssen die sehr, sehr klar und sehr kurz prägnant sein. Das ist mehr so auf fachlicher Ebene oder eine Abfrage. Geschickter ist es dann, um dieses Vertrauen aufzubauen, um das Team zusammenzuhalten, wenn man möglichst als Führungskraft regelmäßig, ich nenne die One-on-Ones, Eins-zu-Eins-Gespräche mit den jeweiligen Mitarbeitern hat. Dass man also sagt, was weiß ich, mit Hugo spreche ich einmal pro Woche eine halbe Stunde. Und da geht es dann auch gar nicht mal unbedingt darum, jetzt was Fachliches, sondern das kann einfach so ein Socializing zum Teil auch sein. Das kann sein, dass man sagt, wie geht es dir denn, wie läuft es denn, dass man auch so ein bisschen dieses, was man sonst vielleicht an der Kaffeeküche spricht, dass man das da abholt. Und das ist so ein, wenn man das anfängt und das vorher nicht gemacht hat, fühlt sich das ein bisschen komisch an. Ja, aber du hast da einen ganz tollen Beitrag schon gehabt. Sowohl Podcast als auch ein Video hast du dazu gemacht, glaube ich. Das verlinke ich einfach mal hier unter dem Video. Prima. Ist fantastisch. Genau. Also ich glaube, so kann man anfangen, was ich da in dem Video sage. Wichtig ist mir allerdings, mit der Zeit, wenn man das häufiger macht, da habe ich eine genaue Struktur gegeben, wie man sowas schön aufteilen kann. Das ist so am Anfang, glaube ich, ganz hilfreich, um reinzukommen. Aber im Endeffekt muss man sich immer überlegen, um was geht es nachher? Es geht darum, dieses Vertrauen aufzubauen und an den Mitarbeiter dran zu sein, beziehungsweise der Mitarbeiter an der Führungskraft. Und wie man dann diese Zeit gestaltet, ist gar nicht so entscheidend. Das kann man, da kann man dann nachher von abweichen. Was man nur nicht machen sollte, ist, es muss dieser persönliche Touch meiner Ansicht nach bleiben. Es ist falsch, wenn man diese Zeit nur dafür sucht, okay, wie sieht es jetzt aus? Wir gehen jetzt den Plan durch, zack, 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 Status, 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 da muss aber was gemacht werden. Nein, das ist nicht gemeint. Das macht dich besser in einer prägnanten Teamsitzung oder vielleicht kann ich es mal so ein bisschen machen. Aber es geht auch um diese persönliche Sache, gerade wenn wir das online machen, um auch mal einfach zu fragen, und sag mal, da hinten, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ist ganz schlecht. Wir haben demnächst Geburtstag, wir haben von Kindern und einfach so ein bisschen quatschen. Oder wir haben Fußballverein gespielt. Keine Ahnung. Das, was man halt auch in der Kaffeeküche mal machen würde, das gehört auch ganz wichtig da rein. Und wenn man so miteinander redet, kriegt man mit der Zeit einfach raus, wie läuft es bei demjenigen? Braucht er Unterstützung? Braucht er vielleicht halt auch eine Unterstützung bei der Selbstführung? Hat er Schwierigkeiten, die Tagesstruktur klar zu haben? Was auch immer. Also für mich ganz, ganz entscheidend, diese One-on-Ones. Ja, genau. Da muss ich mich selbst auch an die Nase packen und vielleicht da nochmal ein bisschen aufrüsten in meinem eigenen Team. Also was ich da... Vielen Dank für die Erinnerung jedenfalls. Was ich da als Tipp einfach geben kann, also das Erste ist, du machst diese One-on-Ones nur mit deinen direkten Direct Reports. Ja. Jetzt weiß ich bei dir, du hast keine 30 Direct Reports. Ja, ja. Man sollte da eine einstellige Anzahl von Direct Reports haben. Ja, genau. Sonst funktioniert es nicht. So sagt ich, wie soll das gehen hier? Da preise ich Leute und mit denen soll ich da einmal pro Woche, geht's doch. Das funktioniert natürlich nicht. Es funktioniert nur in einem Teil, wenige, sieben ist so diese typische Zahl. Also bei den Anwälten und Patentanwälten ist es oft so, dass sie, dass jeder Anwalt so ein eben, ich glaube, kanzleiübergreifend immer irgendwie so ein Team von, weiß ich, zwischen zwei und fünf Mitarbeitern einfach hat. Und dann passt das ganz gut, genau, die einfach Direct Reports sind und ja, da kann man das eigentlich in Kanzleien ganz gut umsetzen. Was ich da vielleicht so als Tipp geben würde, ist, weil sonst geht es unter, sich wirklich bewusst gemeinsam mit dem Mitarbeiter zu sagen, okay, an welchem Tag in der Woche machen wir unseren One-on-One. Was weiß ich, montags um 10 bis 10.30 Uhr. Mehr als eine halbe Stunde muss auch gar nicht sein. Das muss kein Stundentermin sein. Nee, genau. Aber den dann einhalten, den in Outlook oder was ihr auch immer habt, da eintragen und das ganz Wichtige, die Führungskraft, das ist ein wichtiger Termin. Das wird häufig übergeben. Ja, 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 aber der Kunde hat ja angehoben. Nee, nee, das ist so wie ein Kundentermin, den so einzuhalten. Oder sogar wichtiger. Wie soll man die Kunden bedienen, wenn die Mitarbeiter abhauen? Exakt. Sehr schön. Du hast das sehr gut formuliert, genau. Ja, also du hast noch ein, ich wollte noch kurz darauf eingehen, du hast ja so ein Mastermind quasi, irgendwie Leadership Intensive Mastermind oder so heißt das, ne? Ja. Da habt ihr doch bestimmt auch schon so Situationen, da haben doch bestimmt Leute auch schon so Situationen, Remote Work und so angesprochen. Magst du da einfach vielleicht anonymisiert vielleicht mal so die typischsten Fälle, die Fallgestaltung mal aufzeigen und wie ihr dann damit umgegangen seid und wie ihr dann zu einer Lösung gekommen seid? Also ich finde es unheimlich spannend, in dieser Leadership Intensive sind ganz unterschiedliche Branchen drin. Also von der IT über Sanierungsunternehmen bis zum Restaurantbesitzer. Also du hast ganz unterschiedliche Arten und da gibt es halt auch ganz unterschiedliche Herausforderungen, jetzt irgendwas remote zu machen. Beim Restaurant wird man jetzt sagen, ja toll, das geht nicht remote. Ja, aber auch jetzt gerade in Corona war dann zum Beispiel das Problem, ja, wir haben Kurzarbeit, wie kriege ich es als Besitzer hin, an den Leuten dran zu bleiben? Auch da hilft dieses One-on-One, dass ich einfach mal antelefoniere, alle einmal pro Woche und sage, und wie geht es dir? Ich weiß, wir haben momentan keine Möglichkeiten zu arbeiten, aber wie geht es der Familie? Diesen Kontakt aufrecht zu halten. Der Vertrauensbildung ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Bei anderen ist es dann, dass man sich sehr gut überlegen muss, ist unser System, so wie wir arbeiten, IT beispielsweise, dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich möchte, dass die eigentlich hier sind. Unser ganzes System ist eigentlich so aufgebaut von den Prozessen her, dass wir alle zusammen hier sind. Und da dann zu überlegen, ist das eigentlich geschickt oder nutzen wir jetzt die, dass es, einige haben das so genutzt, dass man sagt, wir können ja jetzt gar nicht anders, wir müssen remote. Also wie können wir unsere Prozesse anpassen, dass das funktioniert? Das wird bei euch ähnlich halt sein. Die Leute, die jetzt alle mit Aktenordnern durch die Gegend gelaufen sind, das ist vielleicht nicht so geschickt. Vielleicht müssen wir da doch mal langsam digitalisieren. Also in der Richtung fand ich das total spannend, dass es da eine breite Anzahl an ganz unterschiedlichen Herausforderungen gibt, je nachdem, wie das Geschäftsmodell aussieht. Ich werde jedenfalls mal unter diesem Video Leadership Intensive verlinken, dass wir Leute einfach auch mal da reinschnuppern können und sehen können, worum es da geht. Wenn die Leute noch Fragen an dich haben, sonst und mehr über Führungskräfte-Coaching und überhaupt Führungskräfte-Tipps haben wollen, dann gibt es natürlich einmal den wunderbaren Podcast von dir, der auch immer auf Apple ganz oben verlinkt ist und ganz oben rankt. Also den verlinke ich natürlich auch hier drunter. Und den YouTube-Kanal selbstverständlich, dass die Leute dich abonnieren können. Wo würdest du die Leute sonst gerne noch vorbeischicken, dass sie mehr über dich erfahren und mehr über das, was du so tust? Also ich habe ja den Vorteil, dass ich einen relativ ungewöhnlichen Namen habe. Also wenn man Bernd Gerob eingibt bei Google, kommt man direkt auf meine Seite und auf der Seite kann man sich direkt auch für meine Leadership Impulse eintragen. Da bekommt man dann auch alle sonstigen Informationen über meine Programme, über den Podcast, über die Videos. Da kann man, denke ich, am meisten über mich erfahren und über das, was ich anbiete. Ja, Gerob, wie man es spricht, nur mit Doppel-P hinten, genau. Zweimal mit P, P wie Papa, genau. Genau. Ja, vielen Dank, dass du in dem Interview dabei warst und dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich bedanke mich bei dir, Rolf. Ja, gut. Okay. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.